So, da sind wir wieder. Wir gehen diesmal ab, nach oben. Oh Mann, die können mich nicht in Ruhe lassen, die Freunde hier. Okay, wir laufen nach oben hier die Treppe, damit wir mit dem Aufzug wieder nach unten fahren können. Das ist so unlogisch. So. Ach, hier? Yes. Ich will eigentlich... Sag mal. Oh. Sag mal, die hört nicht auf zu schreiben, gell? Das gibt es nicht, meine lieben Freunde hier. Die nerven mich. Und deswegen... So. Tut mir wirklich leid, aber das geht mir so auf den Sack, wenn ich denen nicht sage, dass sie einfach mal ihre Fresse halten sollen. Dann wird das niemals irgendetwas. Warte, Moment, von hier kam ich doch, genau. Da war das kaputt, dann müssen wir auch nicht da lang. Wee, 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 geh mit da lang. Angst. Oh, Zombies. Oh. Hallo Hallo Irgendwas nützliches oder so So, wie ihr mich kennt Ich muss erst immer noch zurücklaufen und gucken, wo es geradeaus weitergeht Nirgendwo Ich gehe auch immer zuerst in die richtige Richtung und dann in die falsche Richtung Anstatt erst in die falsche zu gehen, dann in die richtige Na, wer hat denn das hier aufgehoben Ah ja Was Wow Hat er mich erschreckt Äh, der hat gerade irgendwas gefressen Verarsch mich nicht Dail Alarm Ich habe sowas von gar nicht gesehen Ich habe das Mist wie Da ist was zum Drehen Kann man nicht drehen Ihhh, da nimmt die eigene Das ist seine eigenen Kameraden Ja, wo Ihhh Hm, na gut Spuckt er direkt wieder aus Ne, der stirbt sogar davon Ne, doch nicht Ich dachte schon So, hier müssen wir aufpassen Hier sind überall diese Dinge Ja Wir sind gerettet Geh weg Wir sind gerettet Aber was macht das Ding dann damit Schwimmt das auch Na, das sehen wir dann, wenn wir unten sind Ja, wir müssen da gleich runter, meine lieben Freunde Wenn es so ist wie im richtigen Aber dadurch, dass alles in der Wohnung wie im richtigen ist Momentan Wieso funktioniert das nicht Gib mir das her Äh, you are here Dann können wir hier in den Pump tanken Und tankst Na gut Das heißt, wir müssen Den, den und den und den anmachen Warum gehst du nicht an? Stört dich irgendetwas? Stören wir dich? Die Hauptfrage Hm Na gut, wir gehen jetzt ins schöne blaue Wasser Blau, blau, blau Grün der Önzian Boah, wie geil das Der Bass Sag mal Du blöde Leiter Lass mich doch einfach los Die waren damals besser gemacht Boah, wie das vibriert hier Geiler Bass Boah Nein Nein Okay Unser Lifesaver Wir sind gerettet Okay Und nun? Ah, jetzt können wir jetzt nach oben wieder Ach, schau mal hier So tot Geil, dieser Bass hier Wie ich das hier anhört Oh oh Sag mal Warum hören die mich nicht auf zu schreiben Und ich bin so ein Mensch Der muss dann auch umher gucken Was dann los ist Und auch Ich bin doch aus Facebook draußen Diese blöde App ey Ich hab nämlich Chrome Und da so eine Facebook App installiert Und seitdem geht es mir nur am Sack So So Core 1 wird aktiviert Und auch Das Wasser fühlt sich ganz schön schnell Hopp Gleiche voll oben am Kopf So You are here I am there Platsch Und jetzt frage ich mich Damals ist man hier rüber geschwommen Das geht jetzt natürlich nicht Mehr zumindest Okay Gut Dann müssen wir woanders da weiter Ach so Raus aus dem Wasser Hoch Was spuckt der eigentlich die ganze Zeit da wieder aus hier Müssen wir dann tatsächlich hier wieder zurück Kommt mir nämlich irgendwie sehr Doch müssen wir aber Okay Wo ist denn hier das zum aktivieren Autsch Achso Was kann man denn damit machen Hallo Nöck 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 Man kann außen rum fahren Mit dem Ding kann man nicht Jumpen Okay und hier runter Und da runter Dankeschön Und dann Äh Darunter Gibt's ja unten Ah okay Nein Wollt noch nicht ganz runter Achso doch Müssen wir aber Kann man jetzt hier irgendwas machen Sieht verdammt schlecht aus Außer dass es hier so wunderschön vibriert Wer gute Kopfhörer hat Der kriegt davon hier schön jetzt Ohren saugen Schade Dann sind wir hier völlig umsonst hier runtergesprungen Geschweige denn Weil es hier ne Leiter gibt Hallo Ach das ist ne Glasscheibe oder was Ach ne Da ist ein Gerüst So ich muss mich jetzt erstmal hier zurechtfinden Das ist grad mir alles ein bisschen groggy So hier kamen wir nach oben Ha genau Da ist nur das Dingens Wo geht's denn wenn wir nach ganz oben gehen hin Nach ganz oben waren wir auch schon Da ging's nur noch weiter nach oben Um dann mit dem Fahrstuhl wieder runterzufahren Jawoll Was ich persönlich für ziemlich Sinnlos halte Aber nun ja So wir haben irgendwas drüben Haben wir 100 pro vergessen Nöck nöck Immer dieses rumgenörke Nöck nöck Kommen wir da jetzt vielleicht durch Nöh Hallo Pumpstation Wie komm ich denn zur anderen Pumpstation Da können wir auch immer nirgends bedienen Lalalalalala Ach Momentchen Ach ne da sind wir ja schon gefahren Ach das gibt's noch nicht Ach schau Ne doch nicht Ja gut Okay Wir müssen irgendwie hier zum Pump und Tank 2 gehen Aber wie kommen wir denn zu Pump und Tank 2 Konnt das mir mal einer verraten Wie gesagt Damals Ist man rüber geschwommen Hier so Aber Ihr seht selbst Da geht keiner Andere Öffnungen gibt's hier nicht Nein Also jetzt bin ich ein bisschen überfragt Meine lieben Freunde Ein bisschen verdammt viel überfragt Hä Verstehe ich nicht Hallo Da ist auf jeden Fall Munition Die haben wir übersehen Wenn das hier Core ist Also das hier ist ja der Core Ne das ist eins Oder ist das der Core Kann man hier auf irgendwelchen Tasten rumtippern Tippern die Tippern die Tippern die Autsch Lass mich tippern Nein geht nicht Ach man Das gibt's doch nicht Exit Da geht auch nix Vielleicht müssen wir hier so ein Rad finden Kann das sein Könnt das sein Könnt das nicht sein Ein Rad finden Um das aufzuschrauben Könnte sein Muss nicht sein Ich bin hier völlig planlos gerade Ich hab nur gerade gesehen Dass Wo ist es Da Noch was ist Achso Man kann bestimmt Genau Mach du mal Sehr schön Hat nur nicht so viel gebracht Aber sehr schön So Wir brauchen immer noch Irgendwas Entweder in so ein Rad Was man da reinstecken kann Und dann funktioniert das Oder Das wollte ich eigentlich nicht drücken Ach das ist doch hier Zum Kotzen ist das Ich hasse das Wenn ich was nicht finde I hate it so much Coolant 1 Pumpstation 1 Da ist die Beschilderung Für Pumpstation 1 Ach ich verstehe Das hier ist Tank Autsch Nein Okay Kuckert Das hier ist der Tank 1 Und drüben ist die Pumpstation 1 Wir sind hier nicht in den Hauptdingens Moment Es könnte ja sein Dass wir jetzt hier die ganze Zeit In den Kreis rennen Und wir müssen hier einfach zurückrennen Ich renne Ladebild schon gleich Achtung Da nicht So So Machen wir uns gar keinen Stress Mal rum Wir haben ja hier auch nicht alles durchsucht Wui Ah Guck siehste Das ist Nummer 1 Und da hinten ist Nummer 2 Wo kommt ihr denn plötzlich her alle Habt ihr mich erschreckt Leckt mich doch am Arsch So Hier haben wir das nächste Oh Mann Dann ist ja natürlich hier Was ganz Okay Hlein Das ist 5 Prozent.